Benutz mich, wofür du willst. Wenn dein Projekt auf Tinder wäre, was würde in der Bio stehen? Benutz mich, wofür du willst. Welche Frage willst du nie wieder beantworten müssen? Was ist OER? Welche Person, tot oder lebendig, fehlt dir in deinem Projekt? Niklas Luhmann. Was würdest du anderen gerne mitgeben? Eine Postkarte mit unserem Lifecycle drauf, aber habe ich leider nicht gemacht. Welchen Rat würdest du deinem Jüngeren selbst geben? Done is better than perfect. Ein Funfact über dein Projekt? Wir haben viel kopiert, aber das machen Wissenschaftler, glaube ich, auch. Und wir wurden, glaube ich, schon kopiert, unwissentlich. Auf welche Frage weißt du selber noch keine Antwort? Wer sagt denn das? Welcher Influencer sollte euer Projekt promoten? Maitien Gülenkimm. Wen würdest du gerne mehr mit deinem Projekt erreichen? Nerds, mit OER geschrieben, die das Gefühl haben, in ihrem Kopf ergeben, die Dinge über euer alle sind, aber nur da. Wo können die Zuschauer mehr über dein Projekt erfahren? Man tippt auf Google ein. OER-Lifecycle. Frank Romp. Copyright Untertitel NDR 2019